Waaaaaah! Ein Creeper! Waaaaaah! Uhlala, was ist das für ein wunderschönes Tektur-Pack? Äh, was könnte das wohl sein? Äh, während wir das Tekturwahl bestauren, am besten den Creeper-Moment. Stell ich mir noch kurz die... Moment... Stell ich mir noch kurz die Uhr, und zwar auf Stoppuhr, genau hier, so will ich das sehen. Ja, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. Wir sind wieder hier, und... Äh, ja, ich bin immer noch... Ich bin immer noch krank. Nach vier Wochen, es geht nicht weg, ich weiß nicht, was ich habe. Ich trinke täglich zwei Tonnen Tee. Und was hat irgendwie alles? Oh, sind die... Oh, die sind... Oh, die sind... Oh, sind die knuffig. Was ist das denn bitte? Was ist das für ein Tektur-Pack? Ähm... Was ist das für ein Tektur-Pack? Herr Sommer! Nein, nicht, dass das Frau Winter sieht. So, Moment, wir gehen mal hier rein. Ja, ich nehme 15-Minuten-Partes auf, und... Äh... Werde so den Tag verbringen für Minuten... Was... Was ist denn vor allem? Ähm... Mit was lockt man die nochmal an? Mit... Ähm... Getreide, gell? Ja... Wenn ich jetzt wüsste, wie in dem Tag schon mal Getreide aussieht, dann wäre ich ein Glücklicher... ...Befriedener... ...Leider nicht reicher. So... Ja... Ich glaube, was war... Hier kommt's ein bisschen was... Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, was jetzt eigentlich war, so genau hier... Weil... Ich ja... Jetzt... Ich... Ich hatte ja... Ich hatte ja mitbekommen... Oh... Ja, das kann man natürlich... Ich bin ja am Pflanzen... Ich hatte ja mitbekommen, dass ich langsam krank werde... Und hatte darauf ja im Voraus ganz viel aufgenommen und hab deswegen jetzt drei Wochen lang durchgehalten, aber es hat's einfach nicht geklappt und... Ich werde langsam wieder aufnehmen müssen... Also... Ich möchte ja aufnehmen... Aber es ist... Naja... So... Diese Börse, versteht ihr? Noch mehr Süßes... Das ist halt ein Drolliges Gesicht... Ja, loskommt dann... Und du hier noch! Und du und du... ... Du! Hilfe, 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 Hilfe ! Wer will noch? Tu jetzt noch! Wie kommst du denn da aus? Manchmal fallen mir alle Inspigamt high ein in seine Stöhnen... So... Und du da noch... Und du und du und du... Und du du du... Und du, ja, liebt euch, ja. Hey du liebe Meerm, das war's. Aufverkauft. Wo kommst du jetzt da hin? Stopp. Muss ich mal ganz schön, schauen wie das jetzt... Boah, das sieht ja... Alter, sieht das geil aus. Boah, das gefällt mir richtig gut, das Herr Sommerdeck-Chopec. Moment. Oh, Mann, wie geil das aussieht. Wunderschön. Ja. Und zwar... hatte ich... Etwa... Das piept hinter so. Irgendwas piept komisch, egal. Auf jeden Fall hatte ich was ausprobiert gehabt. Und zwar waren wir doch in der letzten Folge, wir hatten ein Pferd uns geholt. Muss gleich noch hier sein, oder? Ah, das ist da unten drin. Achso, okay. Er hat dann ein Pferd geholt und hatten doch dann... Ähm... Wir haben einen Eisenstiefel an. Ich mach mal kurz die Hühnerfalle an. So, Moment. Das sieht jetzt so anders aus hier, boah, krass. Aber ihr werdet gleich sehen, warum. Und zwar würde ich sagen, wir gehen mal ganz kurz in den Game Mode. Nur, um euch was zu zeigen. Also, ich mach jetzt nichts. Ich tu jetzt nichts verändern oder so. Äh, Cheats erlauben an. Ja, Landwirt starten. Das Spiel ist jetzt erreichbar. Äh, Game Mode 1. Und zwar ist mir eine Idee gekommen. Zu diesem See. Ich hatte ja gesagt, wir müssen uns da mal was überlegen. Zu der Fischhütte und so. Und mir ist da eine Idee gekommen. Zu diesem See. Die ich dann auch bearbeitet habe und verwandelt habe. Ähm... Und die ich extrem geil finde. Die man aber im Let's Play wahrscheinlich nicht machen kann. Ihr müsst mir einfach mal sagen, ob ihr das haben wollt. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen in unserer kleinen Sandparadiesbühne. Ja, der Unterschied ist ganz schön gewaltig. Und zwar hab ich mir hier eine kleine Stadt gebaut. Äh, ich möchte das jetzt mal zeigen. Ich find das echt so geil einfach nur. Wir fliegen einfach mal hier unten rein. Hat man hier halt sein Turm, wo man von der Wasserseite rein kann. Und hier hab ich mal ein paar von diesen, äh, Akazienen gebaut. Und hab hier einfach so eine kleine Insel in die Mitte rein gebaut. Überall so ein bisschen grünzeug und leuchtendes Zeug. Hier hab ich zum Beispiel, ähm... einen Sprungturm hingebaut. Den erreicht man dann hier so. Kann man hier so hoch. Ja, das ist, äh, alles meiner... So, ich komm mal schon mal so. Kann man... Oh, das kann man hier solche... Oh, das würde sich natürlich an Knochen brechen, aber egal. Äh, ja, hab ich halt immer überlegt, wie man das machen könnte, weil ja Fischerdorf die Rede war. Da ist hier so ein Brücken. Hier geht zum Beispiel eine Brücke hier noch lang, so. Und da ist mir dann halt diese Idee gekommen. Es war... Es ist ziemlich geil. Es sieht meiner Meinung nach ziemlich geil aus. Einfach nur mit diesen Eingängen hier auch so. Hat man hier außenrum noch so eine Steinmauer. Guck ich hier. Moment. Hat man hier außenrum so eine Steinmauer noch so. Die hier einmal rum geht. Und hier könnte man dann theoretisch eine Festung drumherum bauen, dass es von außen gar nicht sichtbar ist. Und von innen ist es dann so eine wunderschöne, äh, Sandoase. Das könnte man natürlich machen, aber das würde ewig dauern. Also wenn ihr wollt, dass wir das hier, äh, nachbauen, nachkopieren, dann müsst ihr das mal sagen, wenn ihr das unbedingt haben möchtet. Dagegen wirkt die, äh, Berghütte ein bisschen schäbig jetzt hier, gell? Ja, wenn ihr das mal haben wollt, dann müsst ihr das sagen. Äh, dann könnten wir das als Großprojekt mal starten und hier wirklich, äh, dieses Panorama-Ding hier Reikzimmer. Ich fand's ziemlich geil und ich hab vielleicht mal in unserer Welt ab und zu mal sowas basteln, so Gegenden. Um einfach, ähm, zu zeigen, was man aus so einer Welt machen könnte, äh, wenn man, gar nicht, äh, wenn man, wenn man halt nicht jetzt Play, wenn man halt mehr Zeit hat. Das hat, glaub ich, so fünf, sechs Stunden gedauert insgesamt. Wurden vielleicht ein bisschen mehr. Und wenn ihr mal seht, dass hier früher Dschungel war, jetzt, das denkt man gar nicht so. Obwohl man natürlich sich, weil raus war, was man besser gemacht hätte, aber ich find, es sieht ganz okay aus. So. Das ist der Spielstand hier und jetzt gehen wir mal zurück in die Let's Play Welt. Und, äh, verlassen auch den Cheap-Modus wieder. Game Mode 0. So. Achso, Option. Äh, da muss ich erst komplett in den Laner mal rein. Äh, Laner starten. Game Mode 0. Okay. So, das wollte ich euch nur zeigen und ich hab mich auch erkundigt, was das mit den Angeln auf sich hat und meine Güte, Leute, wir müssen unbedingt so eine Angel machen. Man kann da so geiles Zeug mit finden, mit, äh, wenn man Glück des Meeres war, das, glaub ich, hat, dann kann man da Schätze aus dem Meer fischen und so ein Zeug. Wir haben ja einen Kugelfisch, das haben wir auf den Angeln drauf, wir haben Haltbarkeit und, ja, Glück des Meeres, da kann man, äh, kann man Schätze aus dem Meer fischen, wenn man Glück hat. Äh, haben wir da eventuell sogar sogar was gefischt. Toter Busch, verzaubertes Buch. Ich geh mal hier so, ich leg das mal hier so hoch, dann kann man mal probieren, ob man vielleicht was fischen. Das ist so genial, was man da alles rauskriegen kann. Da kann man auch, äh, gute Stiefel rausbekommen oder sowas. Ich find das ziemlich geil. Moment. Ja, und das ist ruhig mein Thema da oben hier so, hab ich mal extra hergestellt für die Aufnahmen. Dauert ganz schön lange. So, was war das? Nee. Du warst ein roher Lachs, den haben wir, glaub ich, noch gar nicht gehabt, oder? Doch, zweimal hat man ihn schon. Ja, fischen wir haben auf jeden Fall noch eine ganze Ecke, wir legen die Angeln jetzt erstmal komplett zurück hier und werden uns nach und nach immer mal wieder neue Angeln becraften, um zu Level haben. Ich hab auch die Levelmaschine jetzt eingeschaltet. Und jetzt geht es daran, dass wir den ganzen alten Glatteradatsch, das hab ich mir vorgenommen, unbedingt. Wir werden die ganzen alten Häuser alle aufmöblieren, wir werden alles, äh, alle unbeendeten kleinen Projekte beendet. Damit wir endlich uns den größeren Projekten, die noch nicht fertig sind, widmen können, ohne sagen zu können, oh, das ist noch nicht fertig. Und darum geht's jetzt auch gleich. Das Haus hier ist ja hergerichtet, hier ist endlich alles dicht. Das heißt, hier ist das RPG-Element Wald schon vorhanden, das wir uns herrichten wollten. Jetzt haben wir hier natürlich noch die Farm. Hier müsste man jetzt schauen, wie man das hier macht. Und zwar würde ich hier ja nur noch den Turbel bauen, das heißt, links um diesen Turbel herum kommt eh Wald. Und deswegen hol ich mir jetzt gleich mal Wald. Ich hol mir jetzt Wald, genau. Dann hol mal ne Runde Wald. Er hat das nicht gerne ne Runde Wald. Ich guck mal kurz, kurz. Da glaub ich, und ich kann das theoretisch aus. Ich kann das theoretisch aus. Hier schauen. Das wird jetzt natürlich eher so ne Zeigefolge. Die Folge ist gleich vorbei. Auf dem 5 Minuten haben wir noch mal drauf. Gleich ist nicht, aber... Das war jetzt eher so ne Zeigefolge. Aber ich denke mal, es war ganz gut zu sehen, was man so machen kann. Und wenn ihr möchtet, dann... Können wir das mit etwas Glück nachbauen. Ach ja, mit etwas Glück. Ich glaub, ja eigentlich ist ein Glück. Wir hatten ja schon mal so ein ähnliches Thema. Ach, hab ich schon weg auch in die Kiste? Okay. Wir hatten ja auch mal so ein ähnliches Thema mit dem Glück. Und zwar ging es da um... Glauben, so. Da hatten wir ja festgestellt, dass ich zum Beispiel persönlich gar nicht so an Gott und so glaube, sondern dann eher so der Favorit bin, dass es Schutzengel gibt. Wenn es sowas gäbe, die dann aber auch nicht einfach so, ja, jeden beschützt uns. Da muss man halt sagen, ja, der Schutzengel, wenn ich einen habe, dann macht der alles. Sondern eher so nach dem Motto, äh... What? Was ist denn da drin? Huch! Bin ich in dir gelandet? Gut, das ist ja das Loch aus, sonst wäre das jetzt alles heruntergeschwemmt. Das wollte ich auf i drücken für Inventar. Ich bin gerade momentan so für die Spiele. Ich könnte... Ich muss euch mal vorstellen, ich war... Also früher hat man sich ja immer endlich gezockt hat, oder viele von euch geht es sicher noch ähnlich so. Ihr zockt und... Ja, zockt einfach. Ich saß jetzt wirklich drei Wochen da, hatte natürlich gearbeitet, habe ich aber auch Schule wieder und habe dann Urlaub wieder. Und dann saß ich da und... hab gezockt und... Das hast du nicht ausgehalten. Ich wollte jetzt playen. Ich wollte wieder labern dazu. Weil es ist einfach so ungewohnt, dass ich nicht mehr gelabert habe. Das hat es dazu gemacht. Und ich bin ehrlich gesagt heilfroh, jetzt weil ich jetzt playen zu können. Und ich bin heilfroh, dass meine Nase so halb macht, dass ich... äh... so mein Hals... dass... ähm... das hier nicht zum Filasko wird. Jetzt können wir endlich diesen... tiefen Fortsatz hinten weg machen. Der hat mich immer und nicht stört. Boah, schön. So. Weg damit. Und einige hatten sich ja sowieso immer mal gewünscht, dass ich zu Minecraft doch, äh... mal die Folgen an und ab... an und ab... an und ab... an und ab sagen soll. So, jetzt hab ich's. Eins, zwei, drei... Hosenbein. Was? Äh... Und deswegen ist das ja getriffst. Ich glaube, das ist ja ganz gut. Und dann sage ich halt jetzt die nächsten paar Folgen ab. Ich weiß noch nicht, wie ich mache. Das muss man dann im Endeffekt sehen. So. Und es macht gleichzeitig... Es sind so viele Dinge, einfach... Ich hab den der ganzen Zeit... Äh... Da könnt ihr mir mal kurz helfen. Das kann ich in die Folge noch machen, weil das mit dem Glück, das will ich in die nächste Folge lieber überreden. Da haben wir mehr Zeit. Und zwar, ähm... Hab ich ein Problem. Ich hab jetzt einen neuen Kanal aufgemacht. Der nennt sich Nevergast Spezial. Wer da mal reinschauen möchte, könnt ihr gerne machen. Äh... Da kommt halt alles, was ich so im richtigen Nevergast-Kanal nie schaffen konnte oder nie reinpacken wollte. Weil es halt komisch gewirkt hat. Äh... Achso, das ist die Marmor gewesen. Wie zum Beispiel, äh... Hä, ist das denn das jetzt? Achso, ich bin noch eins zu hoch. Achso. Ah, ne, da suchen wir es ganz hoch. Ja, wie zum Beispiel, äh... Commentary oder Kanalvorstellungen und so ein Zeug. Und das hab ich alles jetzt in den neuen Kanal reingepackt. Wenn ihr Lust habt, da mal reinzuschauen, wenn ihr auch mal zwischen den Netzplatz was anderes sehen wollt, immer wieder gerne gesehen. Ich bin gerade noch dabei, äh... mich da ein bisschen reinzufuchsen. Die ersten Videos, die ich raushauen soll, natürlich auch ordentlich was bieten. Jetzt muss ich theoretisch hier ein Steinfundament reinziehen, damit das aussieht, als wenn das auch was halten kann. Moment. Ja, mit dem Bogen, genau. Komm, lass das mal mit dem Bogen da was abklopfen. Das funktioniert bestimmt. So, genau. Sieht das aus wie ein Steinfundament. Und dann hau ich auch mal hier den Rest raus. Moment. So. Ist das eine Glückssacke? Äh, das ist ein Wutamkeitssacke. Okay. Hab ich noch eine andere? Ach, die war fast Schrott. Ah, achso. Alles klar, okay. Ach, und das kann ich nicht... Ah, alles klar. Das kann ich nicht wegmachen. Weil dahinter das ist. Aber das hier kann ich dicht machen. Dann haben wir hier sozusagen einen Steinvorlauf. E-o-und... Dann baue ich hier... Moment. Kommt, ist auch ein bisschen komisch, wenn ich jetzt hier hinten... Moment, ich hab ne Idee. Wenn ich jetzt hier hinten... in den Gartenreinzimmer vielleicht... dann muss das auch gar nicht so hoch sein. Dann kann ich theoretisch... Das wollte ich nicht. Bis hierher... die Garten laufen lassen. So, hier. Und ab hier geht's dann hier runter. Da kann er noch... Moment, kann er noch so... Ich kann er noch so... reingehen. So. Ja, gut. Und dann gibt's am nächsten Folge dann... den Bau des Gartens. Zusammen mit dem Gespräch... über... Ah, das geht ja nicht weg. Mach's schon da. Ja. Zusammen mit dem Gespräch... über Glück. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.